Hey, du musst zum ersten überhaupt nüt, du kannst, das heisst zum zweiten überhaupt nöt, dass du schaffst, es geht zum dritten überhaupt nur, wenn du's machst, das Leben ist zum vierten Nuckernwitz, wenn du lachst, weil bist du... Ich habe das so für Franklin und heute, am 24. April 2015, bin ich mit dem Pullo-Prochester, da auf dem Glende vom Royal Arena Festival, nur wir vom Pullo-Prochester sind live. Terminlich so ein bisschen in dem Jahr, so ein bisschen, ja es ist schwierig, darum, eben wie gesagt, am 25. April, wir sind da und mit dem Besuch da, wenn wir eigentlich euch sagen, dass wir gerne wiederkommen würden, am liebsten 2016 und am liebsten dann, denn, wenn ihr alles, eures Zeug, aufgebaut habt, weil der Vorstellung, Pullo-Prochester und Royal Arena Festival und dem schönen Glendor, alles gleichzeitig, Hut ab! Wir sehen uns, Peace!